Astro Sam übersetzt. Euer Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung von Squadron 42 und Star Citizen. Nach der Inside Star Citizen Pause gibt es natürlich heute die Übersetzung des Inside Star Citizen. Vorweg aber ein sehr interessanter Eintrag auf Reddit, wo sich ein Senior Entwickler und CTO, also ein Chief Technical Officer, so stellt er sich vor, über seine Einschätzung des Entwicklungsstandes von Star Citizen schreibt. Und sein Eintrag, der am gestrigen Donnerstag veröffentlicht wurde, hat jetzt schon über 1100 Antworten. Und Bored Gamer hat dazu auch ein Video gemacht und ich denke, es ist wichtig, dass auch wir hier in Deutschland wissen, worum es dort geht und die Diskussion mit aufnehmen. Den entsprechenden Link dazu, den packe ich euch in die Videobeschreibung, dass ihr euch das im Zweifelsfall auch im Original nochmal durchlesen könnt und an der Diskussion auf Reddit beteiligen. Er schreibt, Ein bisschen Wahrheit ist auf beiden Seiten zu finden, aber die Wirklichkeit ist. Die Menge der Fehler, die in den Veröffentlichungen enthalten sind, ist gelinde gesagt entmutigend. Warum? Ich nenne den Begriff Technical Debt, das Tal, in dem Unternehmen sterben werden. Hier möchte ich kurz einwerfen, Technical Debt ist der Begriff, um den sich das alles dreht, dieser Eintrag. Und Technical Debt ist ein Konzept in der Softwareentwicklung, das die implizierten Kosten für zusätzliche Nacharbeit widerspiegelt, die dadurch entstehen, dass man jetzt zum aktuellen Zeitpunkt eine einfache, eine begrenzte Lösung wählt, anstatt einen umfangreicheren Ansatz zu verwenden, der länger dauern würde. Aber unter dem Strich wird der einfache Flickenteppich, den man jetzt wählt, am Ende für wesentlich mehr Aufwand, für wesentlich mehr Kosten sorgen oder sogar es verhindern, es unmöglich machen, das Produkt letzten Endes zu finalisieren. Das ist Technical Debt, die technische Schuld. Und die Aussage des Entwicklers hier auf Reddit lautet, Technical Debt ist das Tal, in dem Unternehmen sterben werden. Er schreibt weiter, Die Wahrheit ist, Programmcode ist ein lebendiger, atmender Organismus. Auch die Art und Weise, wie Entwickler Codes schreiben, ändert sich mit der Zeit. Entwickler lernen effizientere Wege, bestimmte Dinge zu tun, neue Best Practices werden übernommen. Es gibt Updates von Frameworks und Programmiersprachen, die Probleme lösen oder schaffen. Eine weitere wichtige Sache, die es zu verstehen gilt, ist, dass bestimmte Probleme mit der Systemarchitektur schlicht unvermeidbar sind. Während neue Code-Bereiche geschrieben werden, entsteht unweigerlich die Notwendigkeit, den bestehenden Code zu pflegen und zu überarbeiten, damit die Gesamtarchitektur sauber und gesund bleibt. So machen es zumindest die Profis. Wenn dieses Refactoring nicht durchgeführt wird, verschlimmert es das Technical Debt und wird schließlich nicht mehr zu beheben sein. Ein Beispiel, das dieses Problem hervorheben könnte, ist das Mobi-Glas. Die Leute wollen offensichtlich die Möglichkeit haben, die Farbe ihres Mobi-Glas zusammen mit dem Kauf eines andersfarbigen Mobi-Glases zu ändern. Das wird nicht möglich sein. Ich frage mich, warum? Vor allem angesichts der Tatsache, dass es zwischen den Schiffsherstellern verschiedenfarbige Displays gibt. Die vermutliche Wahrheit? Es zeigt eine subtile, aber bedeutsame Schwäche in der Architektur des UI-Codes auf. Ich gehe davon aus, dass die Mobi-Hut-Anzeigefarbe ursprünglich eine statische, einfarbige Farbe war. Als verschiedene Farben für verschiedene Hersteller auftauchten, haben die Entwickler, anstatt die Architektur umzustrukturieren, um möglichen zukünftigen Änderungen Rechnung zu tragen, höchstwahrscheinlich direkt existierende Komponenten und Module verzweigt. Und etwas nach dem Motto, wenn anderer Schiffshersteller dann andere Farbe hinzugefügt und dies an die Logik angehängt, die das Rändern des Mobi-Glas-Displays und seiner Farbe in verschiedenen Kontexten handhabt. Scheint ziemlich harmlos zu sein, aber wenn diese Art von Problemen nicht frühzeitig behoben wird, führt dies zu einer Situation, in der die logische Struktur von Modulen und Komponenten so verworren ist, dass selbst die kleinsten Änderungen massive komplexe Probleme mit sich bringen, die fast unmöglich zu lösen sind, ohne andere Dinge zu zerbrechen und weitere Probleme zu verursachen. Diese Art von Situation tritt im Lebenszyklus einer Code-Basis fast immer auf. Wenn es passiert, muss ein Team eine Entscheidung treffen. Entweder es nimmt sich die Zeit, den Code neu zu erstellen, um ihn flexibler oder erweiterbar zu machen, oder es nimmt einfach Duct Tape, Klebeband, also wie auch immer geartet schnellstmögliche Lösungsansätze. Wenn die falsche Entscheidung getroffen wird, wird der allgemeine Zustand der Code-Basis immer schlechter. Ich persönlich habe das langfristige Ergebnis dieser Praxis gesehen und es wird schlimm genug, dass die einzige Lösung darin besteht, sie von Grund auf neu aufzubauen, was mit eigenen Problemen verbunden ist. Meine große Sorge ist, dass ich viele dieser Beispiele sehe, die genau dieses Muster aufweisen. Fehler und Einschränkungen haben offensichtlich einen unterschiedlichen Schweregrad und die Farbe des Mobiglas-Displays ist kein bösartiges, unlösbares Problem. Aber etwas wie der Loadout-Bug im Clasher-Gefängnis betrifft das definitiv. Das Problem bei dieser speziellen Art von Fehler ist, dass mir keine einfache oder harmlose Ursache für den Fehler einfällt. In einem Fall hatte ich, während ich versuchte, genau diesen Fehler zu beheben, meine gesamte Ausrüstung entfernt und mich von einer Wache töten lassen. Als ich starb, sah ich, wie das vom Gefängnis stammende Bergbauwerkzeug von meinem Körper auf den Boden fiel. Der Grund dafür, dass ich mich von einer Wache töten ließ, war, dass ich jedes Mal, wenn ich starb, einen Blackscreen bekam, den ich nicht loswerden konnte, ohne das Spiel komplett neu zu laden. Das Erschreckende daran ist, dass die Ursache des Fehlers darin liegen könnte, dass der Inhalt des Loadouts eines Spielers dazu benutzt werden könnte, zu berechnen, ob er im Gefängnis sein sollte oder nicht. Ich sage nicht, dass ich schlüssige Beweise dafür habe, aber es zeigt die Möglichkeit, dass so etwas wie das Gefängnis-Feature so schnell mit Klebeband zusammengeflickt oder zusammengecodet wurde, dass die Logik dahinter wirklich sehr schlecht ist. Diese Erkenntnis führt zu meinem eigentlichen Argument. Wenn diese Art von Bugs ein Hinweis darauf ist, wie der Code gebaut wird, dann sind sie nur die Spitze des Eisbergs. Wenn das der Fall ist, ist die Ausrede, dass Backend-Funktionen und Kernfunktionalität wichtiger als Features für den Moment sind, nicht stichhaltig. Denn wenn sie das Technical Debt auf dieser Ebene noch verschlimmern, ist die Backend-Architektur wahrscheinlich nicht viel besser. Wenn die Architektur schlecht ist, wird sie niemals ein solides, ausgefeiltes Spiel unterstützen, egal wie lange sie daran arbeiten, wie viele Meilensteine sie verpassen und zurückschieben und so weiter. Keine Code-Basis wird jemals auch nur annähernd perfekt sein. Was man wirklich anstrebt, ist eine gesunde Beziehung zwischen positiver Vorwärtsdynamik und Katastrophen und Verzögerungen. Positive Vorwärtsdynamik meint ausgefeilte Funktionen, die federfrei sind, und Code, der flexibel genug ist, um die Entwicklung neuer Funktionen mit relativ geringen Änderungen an der Architektur, die nur kleinere Fehler verursachen, zu ermöglichen. Katastrophen und größere Verzögerungen sind Bereiche der Architektur, die so schlecht sind, dass man sie komplett neu aufbauen muss, was bedeutet, dass eine Vielzahl von weiteren Bereichen, in denen der Code mit dieser Architektur interagiert, ebenfalls neu aufgebaut werden müssen. Wenn es CIG gelingt, ein gesundes Gleichgewicht zwischen diesen beiden Aspekten zu erreichen und ihre Dynamik aufrechtzuerhalten, können sie das sogenannte kontinuierliche Refactoring durchführen, d.h. kleine, inkrementelle Neukonstruktionen von Merkmalen, Komponenten, Modulen und gelegentlich wichtigen architektonischen Elementen. Wenn nicht, stapfen sie im Grunde genommen nur auf das Unvermeidliche zu. Die eigentliche Frage ist also, wie sieht es bei CIG aus? Es scheint mir, dass es mehr rote als grüne Flaggen gibt. Die andere Seite meines Arguments ist, dass CIG die Fangemeinde, die sie für das Persistent Universe gefunden und zusammengestellt haben, nicht voll ausnutzt. Selbst wenn die Backend-Architektur ausgereifter ist, wird sie weiterhin Anpassungen und Änderungen benötigen, um neue Funktionen, Mechaniken und Inhalte richtig zu integrieren. Ich sage nicht, dass CIG sich nicht auf die Backend-Architektur konzentrieren sollte, aber wir sollten in der Lage sein, den Fortschritt zu sehen. Wir sollten weniger Fehler, bessere Leistung und so weiter sehen. Es hat zwar einige Verbesserungen gegeben, aber sie kommen nicht schnell genug voran, um mich davon zu überzeugen, dass sie vorankommen, anstatt auf der Stelle zu treten. In diesem Sinne halten Features und Spielmechanik das Interesse der Gemeinschaft aufrecht. Beim derzeitigen Stand des Spiels ist es für mich schwierig, Freunde für Star Citizen gewinnen zu wollen. Ich habe das Spiel 2015 gekauft, war ziemlich enttäuscht und habe eine Pause von fünf Jahren eingelegt. Vor einigen Monaten habe ich das Spiel erneut heruntergeladen und war begeistert von der Leistungssteigerung und den neuen Funktionen, war insgesamt aber enttäuscht über den mangelnden Fortschritt. Hinzu kommt, dass das Spiel so kaputt ist, dass es kaum noch spielbar ist. Wenn Fehler behoben würden und das gesamte Spielerlebnis während des aktuellen Alphabilds ausgefeilter und stabiler wäre, könnte ich fast garantieren, dass es mehr Spieler gäbe, die Schiffe kaufen würden, was mehr Geld für die Entwicklung bedeuten würde. Was bedeuten würde, dass der Traum vom vollständig realisierten MMO und Squadron 42 viel früher Wirklichkeit würde. Ich habe selbst Fehler in Systemen mit viel mehr Benutzern behoben, als derzeit Star Citizen hat. Es war zugegebenermaßen eine Arbeit für Menschen, die Vater und Mutter erschlagen haben. Es lief nicht immer gut, aber Dinge wie die 30K-Fehler, zufällige Abstürze und Black Screens und so weiter wirken zerstörend genug, dass es meiner Meinung nach die Empörung und Frustration rechtfertigt, die ich von Leuten aus der Community gesehen und gelesen habe. Diese Probleme sollten auch nicht monumental zu beheben sein. Sie sollten auch definitiv nicht zwischen den großen vierteljährlichen Patches fortbestehen. Und dennoch tun sie es. Ich persönlich bin an einem Punkt, an dem ich keinen weiteren Cent an CRG geben werde, bis CRG mir einen Beweis dafür liefern kann, dass sie meine Investition wert sind. Ich habe das Gefühl, dass ein großer Teil der Gemeinschaft genauso denkt. Das bedeutet, dass CRG wahrscheinlich mehr ausgibt, als sie einnehmen, was letzten Endes bedeutet, dass es noch viel schlimmer werden könnte, bevor es besser wird, falls es das jemals wird. Hier möchte ich kurz unterbrechen und einwerfen. Dieser Satz, soweit ich dem Text inhaltlich auch folgen kann, und ich denke auch, dass er auf dem richtigen Pfad ist, er hat ja auch Ahnung, der gute Mann, aber er hat sich die Zahlen nicht angeguckt. Er hat nicht gesehen, wie viel Geld CRG gerade eingenommen hat, während der Entwicktes vielleicht wiegt, dass sie von Rekord zu Rekord jagen, und insofern hat er hier seine Hausaufgaben nicht gemacht, aber das ist nur dieser eine Satz. Wie gesagt, was die Finanzen betrifft, was er technisch hier erzählt, finde ich sehr spannend und da steckt viel Wahrheit drin, meines Erachtens. Weiter im Text. Wenn also CRG anstelle von Stabilität im Backend das Polishing vernachlässigt, zeigt mir das Fleisch, schreibt er hier in Großbuchstaben, zeigt mir einen Teil des Nutzens dieser Fokussierung, gibt mir einen Beweis dafür, dass sich die Backend-Stabilität tatsächlich verbessert. Wenn CRG keine neuen Features veröffentlichen möchte, dann sollen sie erst einmal das finalisieren, was sie haben. Gebt uns mehr Gründe, Alpha UEC zu verdienen, bringt uns mehr schicke Features ins Spiel, die keine Probleme verursachen und später schnell neu aufgebaut werden können. Gebt uns mehr Schiffsanpassungen, gebt uns mehr Vielfalt bei den derzeitigen Missionstypen, stellt einige College-Praktikanten ein, die fesselnde Gameplay-Loops und Questline-Geschichten schreiben, wie die PI-Mission Kovalex. Gebt uns mehr Anreize, um das gegenwärtige System zu erforschen. Lasst unbemannte Hammerheads und Capital-Chips mit Hinweisen zur Schatzsuche im Weltraum zurück, wie man sie finden und kommandieren kann. Verteilt das Geld, das man mit den Missionen verdienen kann, so, dass es eine bessere Alternative zum Handelsgameplay ist. Und oder macht den Handel stabiler. Und sogar eine noch bessere Idee. Erstellt kleinere Untersysteme des Persistent Universe, die isoliert neue Merkmale aufweisen. Auf diese Weise können die Server kleiner und einfacher zu warten sein und ihr müsst euch nicht so sehr um die Infrastruktur kümmern. Fügt mehr Gameplay-Loops in die vorhandenen Städte ein und nutzt Serveroptionen, die nur für die Berechnung einer Stadt zuständig sind. Zum Teufel! Macht die Titten größer! Setzt Tittenphysik ein! Was auch immer. Ich könnte weitermachen. Eindeutig. Kürze ist nicht meine Stärke. Alles in allem glaube ich an den Traum und das Projekt Star Citizen, weil es ein grenzenloses Potenzial hat. So ziemlich alles, was mir in anderen Spielen Spaß gemacht hat, könnte ich mir mit Star Citizen noch besser vorstellen. Die Tiefe, die in diesem Spiel möglich ist, ist umwerfend. Wenn es endlich veröffentlicht wird, wird sich meine Frau wahrscheinlich von mir scheiden lassen. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass CIG in der Community für mehr Kopfnicken sorgt. Und dafür sorgt, dass wir uns anerkannt, geschätzt und wichtig fühlen. Poliert den aktuellen Stand des Spiels so weit auf, dass ich zumindest durchgehend das genießen kann, was derzeit verfügbar ist. Und dass ich mich wohl dabei fühle, meine Freunde mit ins Spiel zu bringen. Davon habe ich auf jeden Fall einige. Also eine Nicht-Null-Anzahl von menschlichen Freunden aus dem wirklichen Leben. Wenn ihr, Mitspieler, Community, aus dem Lager der Menschen kommen solltet, die andere Mitspieler wegen ihrer Frustration angreifen, ladet euren Quantenantrieb auf und sucht nach dem Marker, auf dem über sich selbst steht. Hoffentlich habt ihr dafür genug Quantum-Fuel für die Reise. Scherz beiseite. Auf einem hohen Rost zu sitzen, wenn Menschen zu Recht frustriert sind, tut der Gemeinschaft nichts Gutes. Entwickler müssen zur Rechenschaft gezogen werden und es ist gesund für sie, ehrliches Feedback zu hören. Vor allem, weil die seelenlosen Chunks der Unternehmen, die die Budgetentscheidungen treffen, einen genauen Blick auf die Gesundheit der Fangemeinde werfen müssen, damit sie in Schach gehalten werden können. Wenn wir einfach so tun, als wäre alles in Butter, bitten wir förmlich darum, ignoriert zu werden, während das Spiel eher hinter verschlossenen Türen entwickelt wird. Außerdem stimme ich zu, dass ich lieber eine langfristige Stabilität gegenüber den aktuellen Features hätte. Wenn es aber das ist, was die Entwickler tun, sollten wir in der Lage sein, die Ergebnisse ihrer Arbeit zu sehen. Es gibt eine Menge spielbarer Elemente, die mehr als fertig sein sollten, während die Backend-Architektur verbessert wird. Und das Beheben von Fehlern sollte nicht länger als ein paar Wochen dauern. Wenn ihr, CIG, den Spielern etwas offenlegen wollt, müsst ihr euch verpflichten, es so weit zu polieren, dass es keine technischen Sackgassen gibt, aus denen die Spieler nicht zumindest leicht wieder rauskommen. Der Beweis für meinen Standpunkt sind die Features wie der Barkeeper und Actor, Animated, Essen und Trinken. Niemand schert sich einen Dreck darum, seine Figur ein Wassertrinken zu sehen. Diese Immersions-Features wurden viel zu sehr in den Mittelpunkt gerückt, während Fehler durch vierteljährliche Patches behoben werden, zusammen mit lang erwarteten Funktionen und Schiffen, die auf der Strecke bleiben und immer wieder zurückgestellt werden. Fazit also. Technical Debt, technische Schuld sind das Tal, in dem Unternehmen sterben. Wenn der aktuelle Stand des Spiels und die Geschichte der Entwicklungszeitlinie Indikatoren dafür sind, wie CIG mit Technical Debt umgeht, bin ich für die Zukunft weniger als optimistisch. Eine Alpha zu polieren, ist nicht dasselbe wie Fehler zu beheben, die das Spielerlebnis ruinieren. Meiner Meinung nach waren wir als Community sehr geduldig. Und ich denke, dass CIG uns mehr schuldet, als sie uns geben. Konzentriert euch, CIG, unbedingt auf die Backend-Architektur und Infrastruktur, um die langfristige Stabilität zu verbessern. Aber verzichtet auf Immersions-Features, wie Ektar animiertes Essen und Trinken, was keinen interessiert und hört auf, so zu tun, als ob die Spielergemeinschaft mit Schiffen und lang erwarteten Features, die auf der Strecke bleiben, zufrieden sein sollten. Als ob Fehler durch vierteljährliche Patches behoben werden könnten. Das ist natürlich ziemlich harter Tobak, was der Mensch hier schreibt, vor dem ich lange überlegt habe, ob ich das in meinem Video aufnehme oder nicht. Aber grundsätzlich halte ich die Diskussion für sehr spannend, interessant und auch in die richtige Richtung geführt. Und es ist ja auch kein Hate- oder Flame-Beitrag, sondern er hat sich auf Basis seiner Erfahrung Gedanken gemacht, was gerade falsch läuft und wie es besser laufen könnte. Und er spricht auch Themen an, die auch mich seit geraumer Zeit mit bestimmt schon ein Jahr rumtreiben, dass ich sage, naja, solange wir CRG mit Geld zuschütten, werden sie weitermachen. Und es ist ja auch so, dass sie wesentlich weniger kommunizieren, als sie es früher getan haben und sie werden ihre Gründe dafür haben. Und vielleicht hat er recht. Ich will nicht sagen, dass das ein Stein gemeißelt ist, was er hier geschrieben hat, aber ich denke, ein Kern davon stimmt schon. Ich halte diese vierteljährlichen Patches für nicht zielführend, was sie hier treiben. Und das, was er hier schreibt, ja, ich möchte ja gerne ein lautes Ja, rot, fett, mit großen Ausrufezeichen dran schreiben. Mein Gott, nehmt doch erst mal das, was ihr habt und macht das so fertig, dass es vernünftig funktioniert und verseht es mit Spielinhalten im Sinne von, was er schrieb, mit Gameplay-Loops, mit Quest-Inhalten, mit Geschichten, mit irgendwelchen Wracks und so weiter. Das also, was man jetzt an Technik hat, wirklich so aufzupolieren, dass es wirklich funktioniert und im Hintergrund sich dann Gedanken machen über die weitere Fortentwicklung. Da bin ich auf jeden Fall bei ihm. Das wäre viel besser als dieses von Patch zu Patch hechten und zu sehen, wie die Builds immer instabiler werden, wie immer mehr Fehler produziert werden. Das ist nicht zielführend und kann auch nicht im Sinne der Entwickler sein. Denn ich glaube auch nicht, dass sie Spaß daran haben zu sehen, wie diese Builds mit jedem Patch immer mehr auseinanderbrechen und sie langsam nicht mehr wissen, habe ich den Eindruck. Das ist jetzt Spekulation, wie sie das noch wieder flicken sollen. Er spricht hier das Mubiglas und dieses Farbsystem an. Ich glaube, das ist wirklich nur ein kleineres System oder ein kleinerer Teil der Problematik und das neue Building-Block-basierte UI-System. Das ist ja im Prinzip ein Indikator dafür, dass er recht hat. CRG hat erkannt, dass sie hier ein Flash-basiertes System haben, was einfach nicht zielführend ist, was statisch ist, was nicht performant ist, mit dem sie nicht arbeiten können. Und deswegen bauen sie jetzt mit diesem Building-Block-basierten System, also mit diesem Baustein-System, alles neu auf, was dann auch so dynamisch sein wird, dass man nicht nur Farben verändern kann, sondern eben auch die Zusammenstellung der Menüs und so weiter. Da setzen sie ja wirklich sehr viel Energie und Kraft und Zeit gerade rein. Das ist nicht das ganz große Problem. Das viel größere Problem, das denke ich auch, das ist dieses Gefängnis-Gameplay und diese ganz üblen Fehler, die damit im Zusammenhang auftreten, das physikalisierte Inventar, was nebenbei noch auch da irgendwie mit reinspielt und wo der Eindruck entsteht, dass sie selber, wie gesagt, die Zusammenhänge gar nicht mehr verstehen, die da existieren. Und ich kann verstehen, dass sie das Gefängnis brauchten, damit dieses Recht- und Gesetzsystem, was sie dort entwickeln, überhaupt eine Konsequenz hat. Sonst hat man halt einen Crime-Stat, ja und, dann wird man halt gejagt. Aber vielleicht wäre das trotzdem erstmal genug gewesen, einen Crime-Stat zu haben und ein Kopfgeld ausgesetzt zu bekommen, anstatt noch Zeit und Energie in das Gefängnis-Gameplay zu entwickeln, was ja im Prinzip nichts, das ist ja nicht mal ein integrierter Teil des Spiels, sondern ist einfach irgendwie ein losgelöster Level, der für noch mehr Fehler sorgt. Bei dieser Geschichte mit den Barkeepern bin ich so ein bisschen hin- und hergerissen. Diese Barkeeper sind ja schon immer ein essentieller Bestandteil gewesen von den Chris Roberts-Spielen, bei denen hat man Informationen sich eingeholt über was geht gerade im Wurst los, wo kann man vielleicht gute Geschäfte machen, man hat auch Missionen bekommen. Ich habe nichts gegen die Barkeeper. Wogegen ich was habe, ist das Essen- und Trinken-Gameplay, was wieder für mehr Probleme gesorgt hat. Ich spreche da zum Beispiel über diesen Quick-Buy-Button und die Problematik, die uns in einem Inside Star Citizen vor gar nicht mal allzu langer Zeit verdeutlicht wurde, wenn man sich dort etwas zu trinken gekauft hat, dass plötzlich alle anderen Spieler im Umfeld auch was im Inventar hatten, weil die Quick-Buy-Funktion das Mobi-Glas umgangen hat und dann so keine dedizierte Zuordnung zu dem kaufenden Spieler stattgefunden hat. Und das sind alles so viele Kleinigkeiten, die müssen nicht sein und sie geben uns ja im Prinzip auch nicht wirklich viel mehr Spielinhalt oder sowas. Ganz im Gegenteil. Also mich persönlich nervt es eigentlich mehr, dass ich immer wieder los muss und mir was zu trinken kaufen. Es erfüllt mich nicht mit Freude, dies zu tun und ich sehe den Sinn da nicht hinter. Später vielleicht im Spiel, ja, kann man haben, dass es einfach mehr realistischer wird. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das eine weitere Baustelle, die nicht notwendig gewesen wäre. Da, bei diesem Punkt, bin ich absolut bei diesem Menschen, der das hier geschrieben hat. Bei seiner Anmerkung mit den Titten hat er mich ein bisschen verloren. Das war so ein bisschen sehr marktschreierisch. Es geht aber in die richtige Denkrichtung. Wir haben unendlich viele Köpfe, mit denen man was machen kann. Bei den Körpern wurde nichts getan. Ich weiß nicht, wie schwierig es ist, hier für mehr Optionen zu sorgen. Er hat ja geschrieben, gebt uns einfach schicke Features, die einfach zu implementieren sind und die im Zweifelsfall, wenn es später dann nicht mehr passen sollte, aber schnell aufzubauen sind. Also wirklich kann man ranpappen, wie so ein Aufkleber, kann man später auch wieder abziehen, irgendwie neu bauen, wieder dranpappen. So in der Richtung ging das ja. Und dann stellt sich mir die Frage, ob man da eben in der Richtung noch mehr machen könnte. Eben wie zum Beispiel mehr in Richtung des Körperdesigns, der Individualisierung der Spieler, was ja nicht zwingend in die Spielsysteme dann eingreift, dass es eben zu Störungen führen könnte oder zu anderen Fehlern. Grundsätzlich, Conclusio von mir, heftiges Kopfnicken. Das, was wir haben, ist super. Ich bin super gerne im Worst. Wir haben unendlich viel Raum, um Dinge zu entdecken mit viel zu wenig Spielinhalten. Ich weiß auch nicht, warum diese Geschichte mit Tessa Bannister zum Beispiel, die war einfach, die war gut. Warum müssen sie sich jetzt wieder hinstellen und sagen, oh ja, da müssen wir eine Figur entwerfen, die muss ganz toll aussehen und lalala. Scheiß drauf, will doch keiner haben. Mein Gott, das war super, so wie es ist. Eine Station mit einer Funkstimme, Missionsketten, super. Was er dort auch hier schreibt mit den Raumschiff-Frax, die jetzt ja auch wieder ins Spiel kommen, dass man dort eben mehr auf Schatzsuche gehen kann, dass man mehr exploren, mehr erkunden gehen können wird. Auch verstehe ich nicht, warum man nicht irgendwo an einem Punkt des Quantum-Tunnels austreten kann und so weiter. Das sind so viele Sachen, wo ich denke, da sitzt oben, der Fisch stinkt ja immer am Kopf, sitzen Menschen, die haben sich etwas in den Kopf gesetzt, was sie unbedingt erreichen wollen und haben dabei so ein bisschen aus dem Blick verloren, was einfach gerade nicht geht, ohne eben dieses ganze Spiel immer und immer wieder zu zerstören. Und es wäre sinnvoller, das Bestehende soweit wirklich jetzt erst mal, ich sage mal, über einen Zeitraum von zwölf Monaten zu stabilisieren, mit Inhalten zu befüllen, nicht mit neuen Mechaniken, sondern einfach mit einfachen Features, mit Geschichten und so weiter, mit Missionen, um dann irgendwann in einem wirklich großen Patch sich wieder zu konzentrieren auf das nächste Rollout und dann dauert die Entwicklung eben noch weitere zehn Jahre und man muss ja, klar, sie haben diese völlig bekloppten Kickstarter oder Meilensteine dort ausgelobt, die sie auch unbedingt erreichen wollen, weil es Teile in der Community gibt, die sagen, oh, wenn sie das nicht machen, dann kriegen sie aber auf die Nase und dann verlänge ich mein Geld zurück. Ja, das ist ein bisschen zweischneidig, aber wir, der wir nun auch als das Spielerlebnis Star Citizen haben wollen, sollten vielleicht ein bisschen davon zurücktreten, von unserem Anspruchsdenken und einfach mal das toll finden, was wir schon haben, was es noch nie in dieser Form gegeben hat und in dieser Realitätsgrad. Clive Johnson war das, glaube ich, hat er ja gerade geschrieben, in einem völlig anderen Zusammenhang. Da hatte jemand sehr, wirklich geflamed, gehatet und sagt, ja, bei CRG, wir haben einen schlechten Ruf, da arbeiten ja nur die Dummköpfe und die schlechtesten Leute der Branche und so weiter. Da hatte er darauf geantwortet, dass durchaus die Menschen, die Mitarbeiter von CRG hier reingucken und lesen und dass es ihnen wehtut, so was zu lesen. Und das sind Menschen, das soll man einfach nie vergessen. Das ist nicht irgendwie ein Gegenstand, dem man durchgegentreten und an die Wand werfen kann und so. Fand ich einen sehr schönen Kommentar von dem Clive Johnson und insofern hoffe ich, dass das stimmt, was er sagt, dass die Leute reinlesen, dass sie auch diesen Kommentar lesen und dass das vielleicht auch den Weg macht, in die oberen Ebenen, um dort mal für ein bisschen Umdenken zu sorgen. Hoffe ich. Ist meine Meinung an der Stelle. Ich freue mich auf eure Meinungen und eure Ideen zu dem Thema. Diskutiert gerne hier unter dem YouTube-Video antwortet euch gegenseitig, bleibt respektvoll. Flamen nützt hier keinem was. Aber dennoch gibt es Anlass zur Kritik und diese Kritik, die darf auch, wie hier geschrieben, geäußert werden. Sollte geäußert werden. Und CRG würde gut daran tun, sich der Community wieder mehr zu öffnen. Sie haben sich ja sehr verschlossen und sie reagieren sehr verschnupft auf Kritik. Da haben sie jede Menge von eingesteckt bekommen. Aber sich so zu verschließen, das ist auch nicht zielführend. Gut, dann würde ich sagen, genug von dem Thema. Gehen wir rein in die Übersetzung des Inside Star Citizen. Meine Lieblingsmarke ist Origin natürlich. Das ist eine schwierige Frage, darüber muss ich nachdenken. CDS, was Clark Defense Systems bedeutet. Lass mich nachdenken, welches ist ein guter Hersteller? Das wäre Argo? Drake? Was könnte schon besser als Drake sein? Überraschung, Überraschung, mein Lieblingshersteller ist ein FPS-Hersteller. Aktuell managt das Law-Team rund 250 Marken, die eine große Bandbreite abdecken, von Konsumgütern über Regierungsbehörden bis hin zu Dienstleistern. Der Grund, weshalb es so viele Marken in Star Citizen und Squadron 42 gibt, ist, dass es den Entwicklern und Spielern hilft, zwischen Form und Funktion eines Gegenstands zu unterscheiden. Und es trägt dazu bei, die Geschichte des gesamten Star Citizen-Spieluniversums zu erzählen. Nehmen wir Origin zum Beispiel. Die Schiffe dieses Herstellers zeichnen sich durch die schlanken, eleganten Linien aus, die sich visuell sehr deutlich abheben. Solch ein Schiff zu fliegen bedeutet hohe Geschwindigkeit und hohe Kosten. Auf der anderen Seite Argo, die bis vor kurzem nur ein kleines Schiff im Produktkatalog hatten. Als es um die Entwicklung von Argo ging, arbeitete CRG an einem anderen, gewaltigen Schiff, das noch vor der SRV kam und vor der Mole. Obwohl es nie fertiggestellt wurde, übernahm man einen großen Teil der Technologie und Formensprache von diesem Konzeptdesign. Das war sehr hilfreich, die Mole und SRV zu entwickeln. Alles ist leicht überzeichnet. Es fühlt sich an, als wäre die Hülle dicker als bei anderen Herstellern. Und sie verpassten den Schiffen große, klobige VTOLs. Es ist also kein papierdünnes Metall. Außerdem lässt CIG es bei diesem Orange ton, damit es diese Art von industrielle Ausstrahlung hat und dennoch eine gewisse, übergreifende Sauberkeit. Innen drin befindet sich aber ausschließlich hardcore, hochverdichtete Mechanik. All diese Dinge definieren also eine Marke. Sehr beeinflusst durch den Namen. In der Spielentwicklung helfen Marken, den Grafikern dabei, den Stil eines Schiffes zu bestimmen und den Designern, das spielbetreffende Gleichgewicht von Gegenständen herauszufinden. In diesem Quartal werden alle FPS-Ingame-Hersteller in ein Balance-Triangle gepackt, in ein Gleichgewichts-Dreieck. Ein Balance- oder Gleichgewichts-Dreieck wird in vielen Industrien eingesetzt. Bei der Voraussetzung einer endlichen Menge an Geld und oder Zeit muss man sich entscheiden, ob man sein Ergebnis schnell, gut oder billig erstellen möchte. Das ergibt ein Dreieck. Und egal, in welche Ecke man innerhalb dieses Dreiecks sich bewegt, geht das zu Lasten der anderen beiden Ecken. Bei den Ingame-Waffenherstellern von Star Citizen kommt solch ein Balance-Dreieck zum Einsatz. Bei den Waffen schaut man dabei auf Power, also Schadenshöhe, die eine Waffe pro Schuss verursacht, Feuergeschwindigkeit und Reichweite. Reichweite beinhaltet Faktoren, neben der reinen Entfernung, beispielsweise mit welchem Rückstoß man zu rechnen hat, wie ruhig die Waffe in der Hand liegt und wie viel Einschlagkraft das Geschoss in welcher Entfernung verliert. Das Ausbalancieren dieser drei Punkte hilft dabei, den Waffen je Hersteller eine höhere Konsistenz, eine höhere Übereinstimmung der Produktfamilien innerhalb der Hersteller zu verleihen. Man braucht etwas, das alles miteinander verbindet. Die Geschichte, Design und Grafik und die Weise, wie die Objekte funktionieren und so visualisiert, dass jedes Objekt im Spiel auf den ersten Blick zuzuordnen ist. Wenn man also beispielsweise eine Castec Arms Shotgun auf dem Boden liegend findet, dann weiß man umgehend, dass es nicht nur eine kraftvolle Waffe mit hohem Schaden auf kurze Distanzen ist, sondern weiß auch, dass es eine Waffe des Herstellers Castec Arms ist. Aber, wie CRG auf einer Waffe zur Waffebasis herausgefunden hat, es gibt einige Hersteller Ausreißer, wie zum Beispiel das Gemini S71, was ein Präzisionsgewehr ist und niemals schneller schießen wird als ein Sturmgewehr. CRG hat damit aber kein Problem. Es ist wie bei einem Autohersteller, der etwas Neues ausprobiert und mal klappt es oder eben nicht. Insofern gibt es solche Produktgruppenausreißer auch bei den Ingame-Waffenherstellern, deren Markendesign übergreifend dennoch in eine konsistente Richtung weist. Marken gehen auch über Objekte hinweg. Es kann sich sogar auf Personengruppen beziehen, eine bestimmte Art Menschen, wie zum Beispiel die Gesetzlosen der Ninetales. Wenn man also ein Symbol der Ninetales auf einem Schiff, einer Rüstung oder auf eine Wand gesprüht sieht, dann sagt das dem Spieler, dass er diesen Bereich entweder schnellstens verlassen sollte oder, selber gesetzloser, hier Freunde findet. CRG geht auf diese Detailebene, weil es das Spiel bereichert und lebendiger, belebter wirken lässt. Es trägt dazu bei, Kontext und Farbe zu schaffen, vertieft die Geschichte und hilft zu erklären, wie sie von hier nach dort gekommen sind. Natürlich hofft CRG, die Welt den Spielern vertrauter und zugänglicher zu machen und die Immersion, das Mittendrin-Gefühl zu verstärken. Denn was zieht einen mehr ins Spiel als Markenzeichen und Werbung überall, wo man hinschaut? Als nächstes geht's zum Sprint-Report. Aufsetzend auf dem Thema Marken haben die Directors kürzlich Logo-Optionen für vier brandneue Marken gesichtet, an denen zurzeit gearbeitet wird. Das sind Spearfish, ein EMP-Hersteller, Rook Heavy Metals, ein direkter Lieferant von Metallen- und kundenspezifischen Legierungen für die UEE, das Militär und die Advocacy, Gallyvern Publishing, der terranische Verlag von Whitley's Guide für Fahrzeugenthusiasten und Navy Surplus, einem Anbieter von ausgemusterten Kampfanzügen, Militärhosen und Jacken. Building Blocks, das universelle Baukastensystem für die Benutzeroberflächen im Spiel, mit dem alles von Head-Up-Displays über Terminal-Bildschirme bis hin zu Fahrzeugarmatur-Displays entwickelt wird, wird weiter verbessert. Wie man hier sieht, zum Beispiel mit Dropdown-Menüs und Scroll-Optionen. Das mag wie eine sehr einfache Sache erscheinen, aber es ist keine leichte Aufgabe, Funktionen für die ungeheure Menge verschiedener Bildschirmtypen im Verse skalierbar zu entwickeln, die sowohl visuell als auch kontextbezogen sind. Und bevor irgendjemand zu viel Text liest oder interpretiert, was hier zu sehen ist, das ist alles nur eine Sammlung von zufälligen Begriffen, die die UI-Entwickler für ihre Arbeit nutzen. Kein Data-Mining nötig oder möglich an dieser Stelle. Die Arbeit an den Layout-Vorgängen und den Funktionen zur automatischen Neuanordnung per Drag & Drop, die als Grundlage für die Verwaltung des physischen Inventars der Spieler dienen werden, geht ebenfalls voran. Nachdem der Prototyp vorgestellt wurde, entstanden bei CRG Diskussionen darüber, in welchen anderen Spielsystemen diese Tech ebenfalls eingesetzt werden könnte. Teile des Environment Art Teams, des Teams für die Spielumgebungsentwicklung, adaptierten die Gaswolkentechnologie, die ursprünglich für Squadron 42 entwickelt wurde, für das Persistent Universe. Hier zum Beispiel ein Test für die Platzierung von Service-Stationen, die im Stanton-System verteilt an den Lagrange-Punkten zu finden sind. Lagrange-Punkte habe ich mal in einem anderen ISC erklärt. Damals fälschlicherweise Lagrange-Punkte genannt. Ich binde euch das hier rechts oben ein, wer da nochmal reingucken möchte. Arbeiten wie diese werden nicht nur dazu dienen, dem System mehr Struktur und visuelle Auflockerungen zu verleihen, sondern es bietet auch eine ganze Reihe neuer Möglichkeiten zur Platzierung von Gameplay-Elementen an den verschiedenen Points of Interest des Star Citizen Spieluniversum. Auch die Arbeit an den Cargo-Decks, die dem Handels- und Spieler-zu-Spieler-Gameplay mehr Tiefe verleihen sollen, schreitet weiter voran. Was wir hier sehen, ist allerdings immer noch als Konzept zu verstehen. CRG wird uns in zukünftigen Sprint-Reports über die fortlaufende Entwicklung der Cargo-Decks auf dem Laufenden halten. Und zuletzt einige Blicke auf die konzeptionellen Arbeiten an der erweiterten Frachtsektion der Constellation Taurus sowie dem Docking-Prozess der Merlin und Archimedes an den Docking-Vorrichtungen der Constellation-Schiffe. Das sind sehr frühe Konzeptarbeiten, aber man ist einen Schritt weiter, dieses geplante Spielelement zu realisieren. Das war es für diese Woche. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Dieses Video wurde euch wie immer ermöglicht durch meine Unterstützer auf tibi.com. Ganz herzlichen Dank allen Unterstützern, wenn auch ihr dazu kommen möchtet, www.tibi.com. Freue ich mich, dort gibt es auch dies und das, jenes noch on top, je nachdem, was mir gerade so einfällt oder anliegt. Und dann bin ich gespannt auf eure Meinungen zu dem Reddit-Eintrag, euer Feedback, eure Gedanken und nicht zuletzt bleibt mir dann noch euch ein gesundes, schönes, erholsames, vielleicht auch sonniges Wochenende zu wünschen. Und wenn ihr arbeiten müsst, ein nicht zu anstrengendes, aber in jedem Fall ein tolles Wochenende zu wünschen. Bis demnächst. Danke fürs Einschalten. Cheers. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.